Hallo, alle zusammen. Wir kommen zu euch aus dem Divine Channel und Ausbildung Workshop in Berlin, Deutschland. Wir haben jeden Tag mit der Quellenlinguankalligrafie für die Wirbelsäule praktiziert. Wir hatten unvorstellbare Ergebnisse. Einige Schüler haben erlebt, wie ihr Schmerz weggegangen ist. Wir sind so erfreut, mit euch jetzt zu praktizieren. Bitte macht mit. RIN DI TIEN DAO JI JU HU YI Lasst uns es nachfahren. RIN DI TIEN DAO JI JU HU HU YI RIN DI TIEN DAO JI JU HU HU YI RIN DI TIEN DAO JI JU HU HU YI RIN DI TIEN DAO JI JU HU HU YI RIN DI TIEN DAO JI JU HU HU YI RIN DI TIEN DAO JI JU HU HU YI RIN DI TIEN DAO JI JU HU HU YI RIN DI TIEN DAO JI JU HU HU YI Renn di chien dao qi chou e yi, renn di chien dao qi chou e yi. We love the source linguan calligraphies. Do you love the source linguan calligraphies? Yes! Do you want more? Yes! We invite all humanity to join this movement of soul healing through source linguan calligraphies. We invite all humanity to do this movement of linguan calligraphies. They are so powerful. They are so special. They transform much more than the spinal cord. So we call you to join us. We thank Master Shah. We thank the source. We thank all of you. We thank you all. Really really love you everyone. Really really love you everyone. Really really love you everyone. Linguan calligraphies. Really really love you source linguan calligraphies. Really really love you source linguan calligraphies. Love you love you love you. Thank you thank you thank you. Bye bye!